Ja, scheiße, ich habe die Steuerung recht schon. Das ist so eine blöde Steuerung von diesem Boot. Nicht absteigen, ich dabble. Warum mache ich immer E? Warum? 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 Also nichts wie los, ja? Ich mag dieses, der Teil ist doch super geil, aber die Steuerung ist sowas von scheiß schwammig. Ich mag diese Steuerung echt nett. Die würde sich jetzt ganz gut auf einem Controller machen, ehrlich gesagt. Ich mag das nicht. Das war's für heute. Diese Steuerung, echt nett. Ich würde sie super auf dem Kontrollen haben, aber sonst... Muss ich überhaupt hin, das ist mal die... Ach so, okay. Ich hab's gekehrt. Darf ich noch ein bisschen, Moni? Hallo, Pratt! Wo war's denn du? Ich... Hm... Aber ich mag die Steuerung echt nett. Die ist so ein bisschen schwammig. Ich muss mich sowas noch von... mit der Stelle... Oder sonst ist es nicht schlecht. Warum drück ich immer E? Nee, warum? Kann man mir das sagen? Warum drück ich da immer E? Das macht keinen Spaß. Egal. Ich bahre hier jetzt mal eine Runde. Also nix wie los, ja? So... Euer... Denn... Wär's wieder mal gewesen für diese Aufnahme-Session. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zugucken an meine Videos. Tschüüüüüü!